Was für eine Premiere. Und das gleich doppelt. Nicht nur das Cirque du Soleil Musical Paramour feiert in Hamburg Premiere, auch einen gemeinsamen Auftritt dieses Vierergespanns hat es so noch nicht gegeben. Jenny Elvers schreitet gemeinsam mit Sohn Paul und dessen Vater Alex Jolich samt Ehefrau Britt über den roten Teppich. Bereits bei der Lamberts Monday Night vor wenigen Wochen zeigen sich die Schauspielerin und ihr Ex mit neuer Partnerin gemeinsam den Fotografen und strahlen dabei pure Harmonie aus. Doch ein solches Foto mit Sohn Paul hat es noch nie gegeben. Der 17-Jährige startet aktuell als Model durch und der Stolz darüber ist seinen Eltern deutlich anzusehen. Arm in Arm strahlen Jenny, Paul und Alex in die Kamera. Die Sorgerechtsstreitereien der Ex-Partner aus der Vergangenheit sind längst vergessen. Jenny und Alex, die sich kurz nach dessen Big Brother Teilnahme im Jahr 2000 kennenlernen, verstehen sich heute offenbar blendend und das dürfte vor allem einen freuen, Sohn Paul.